Wenn ich ein außererklagendes Ergebnis in der Presse, was normal ist, über den überhaupt berichtet, dann tollere ich mich auf, das von den Boxern und dann inzwischen seiner Eltern schriftlich zu haben, dass sie ihr Erlaubnis haben. Es ist in der Vergangenheit vorgekommen, dass über Boxer berichtet wurde auf negativen Interviews, ob gerechtigt oder nicht, darüber geht es ja nicht. Das wollen wir nicht im Amateurboxverband. Entweder ist es das Erlaubnis da, der Eltern, dass über den so gut gesprochen wird, auch negativ, ich denke mal nicht, dass das nicht hart wird, aber deswegen, jeder, der hier über das Ergebnis gezogen, genau etwas berichtet, verbraucht die Erlaubnis dieser Person. Denn das ist nicht feste Freiheit, wie es man gelohnt sagen, die ihr Nachbarerklassowieso. Selbst die Prozesse kommt, der Mario hat nicht bedingt, wie auch Prozesse gewonnen, als man gesagt hat, was wir überhalten haben. So, das zu dieser Sache. Ich hoffe, ihr habt die Presse, das ist ein hohes Halbzimmermann. Vielen Dank. Und für die Zukunft werden wir natürlich für den Verein eine vereinsiterne Regierung machen, auch gerade nur eine Pressemitteilung machen, die natürlich entsprechend an die Vorschriften des Verbandes angelegt sind. Verstehen Sie von selber.